Und dann sage ich immer, was uns mal überschwemmt. Ist der Russ? Ist der Russ? Ja, siehst du schon was so los ist? Ja, siehst du schon was so los ist? Ja, siehst du schon was so los ist? Ja, ich hab zum Hilde gesagt, wenn das so weitergeht, bist du irgendwann ein Russ? Russ? Bist du irgendwann ein Russ? Kaiser, dann bist du die Krimhilde! Ja, sie lache. 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 Noch, 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 noch. Putin, 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 Putin. Und der Russ, der hätt ein Geld, 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 Geld. Am Stamm des Schatzes gesagt, der Russ hätt so viel Geld, der hätt die ganze italienische Mafia gehabt. Der Janet im Schatzes zum B refl disso. Vielen Dank.